Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, mein Name ist Alexander Kaja, Teammanager vom FC Elasersport. Und ich stelle euch heute meine Top 3 Trainer vor. Auf der 3, Elad Ostermann. Taktisch sehr stark. Mit ihm habe ich zusammengearbeitet beim SC Vorwärtswacker. Auf der Nummer 2 habe ich Thomas Seliger. In Thomas Seliger habe ich in Lüneburg zusammengearbeitet. Thomas Seliger hat mich in dem Sinne sehr weit gebracht, dass er menschlich mit den Leuten sehr gut umgeht. Hat genau einen Plan, wie er Fußball spielen möchte. Und auf der 1 muss ich sagen, mit Abstand Oliver Zapel, der einen Menschen so fit kriegt, wie kein anderer, akribisch arbeitet, top dabei ist, top auf die Leute eingeht, von dem man noch sehr viel lernen kann als junger Spieler. Das sind meine Top 3 Trainer. Teuer wird es nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.